Die beiden größten Vorteile in meinem Leben waren, mit Verstand und arm geboren zu werden. Eine Frau, die wirklich verliebt ist, blickt auch dann zu ihrem Mann auf, wenn er kleiner ist. Um in einem schwierigen Beruf voranzukommen, braucht man großes Vertrauen in sich selbst. Deshalb gehen manche Menschen mit mittelmäßigem Talent, aber mit großem inneren Antrieb, so viel weiter als Menschen mit weit überlegenem Talent. Im Leben muss man dauernd zwischen Aufrichtigkeit und Höflichkeit wählen. Scham ist der unsichtbare Teil der Schönheit, ohne den niemand wirklich schön sein kann. Die Welt wäre friedlicher, wenn die Männer mehr weibliche Wesenszüge besäßen. Je sanfter ein Mann ist, desto männlicher ist er für mich. Nach all den Jahren bin ich immer noch im Prozess der Selbstfindung. Es ist besser, das Leben zu erkunden und Fehler zu machen, als auf Nummer sicher zu gehen. Fehler sind Teil der Abgaben, die man für ein erfülltes Leben zahlt. Nichts macht eine Frau schöner als der Glaube, dass sie schön ist. Es gibt einen jungen Brunnen. Es ist ihr Verstand, ihr Talent, ihre Kreativität, die sie in ihr Leben und das Leben der Menschen bringen, die sie lieben. Wenn sie lernen, diese Quelle anzuzapfen, haben sie das Alter wirklich besiegt. Die Fantasie des Mannes ist die beste Waffe der Frau. Sexappeal besteht zur Hälfte aus dem, was man hat, und zur Hälfte aus dem, was andere denken, was man hat. Schönheit ist ein Gefühl in dir selbst und sie reflektiert sich in deinen Augen. Sie ist nichts Oberflächliches. Alles, was Sie hier sehen, verdanke ich Spaghetti. Ich habe nie versucht, die Erinnerungen an die Vergangenheit auszublenden, auch wenn einige schmerzhaft sind. Ich verstehe Menschen nicht, die sich vor ihrer Vergangenheit verstecken. Alles, was du durchlebst, trägt dazu bei, dich zu der Person zu machen, die du jetzt bist. Ganz und gar Mann selbst zu sein, kann schon einigen Mut erfordern. Gewaltfilme können schlimme Folgen haben. Aber was kann nach Sexfilmen schon passieren? Die Leute kriegen höchstens mehr Kinder. Ich hatte viele Männer, aber die besten waren immer die, die ich abgelehnt habe. Glauben Sie mir, es sind die Taten, die zählen. Die erste Frau wurde aus der Rippe eines Mannes geschaffen. Sie wurde nicht aus seinem Kopf gemacht, um ihn zu überragen. Nicht aus seinen Füßen, um von ihm zertrampelt zu werden. Sondern aus seiner Seite, um ihm ebenbürtig zu sein. Essen macht Menschen glücklich. Es bringt Menschen nach Hause. Es sagt so viele Dinge aus, die Worte nicht sagen können. Am Schminktisch hat jede Frau die Chance, Künstlerin und Kunst zu sein.